Hallihallo Hallöchen, es kommt wieder mal eine Stream-Empfehlung meinerseits, vor allem für den lieben Evolve Zocker, gegen 21 Uhr dürfte derjenige online kommen, er heißt Vasaris Gaming, ihr könnt gerne mal vorbeischauen, ich gebe euch einfach mal dann den Link, im Titel steht er schon und folgt ihn am besten, dann wisst ihr ganz genau wann er online geht, es ist ein ganz nettes Commentary, er spielt Evolve auf der Xbox, aktuell ist die Videoquale nicht ganz so gut wegen seiner Internetleistung, aber es wird noch verbessert, desto besser ist das Commentary und ja, freut euch drauf, schaut einfach mal vorbei und das ist meine Empfehlung.